Hier Ozean und so da finde ich ja aber da finde ich healing schon wichtiger einfach so da war ist ein Boss gerade runter gesprungen hier ach ne ist nur ne der sah aus wie im Bark die die haben hier plus eins oder? ja ah das sind Bulle ah fuck ah wo ein Pfad hier nach da rechts rum führe mich zu entfernten Gewässern auf meinem Bark diekel hier ist so ne Art Amazonas Enge oh oh ja scheuer oh scheuer oh hier ist ein Werwolf hier ist Eislandschaft hier sind Piranhas dann gehen wir erst gleich zurück in Eislandschaften gibt es meistens Alpakas in Eislandschaften gibt es Eis Wissenschaftler haben wir jetzt herausgefunden dass in Eislandschaften Eis gibt wofür waren hier wie kann man noch mal parrots zähmen mit dem Zitronenzobby oder was das war ok aber ich habe nur gerade ich habe nur gerade hier einen gesehen deswegen ein was runner ist der? plane runner ist das dieser weiße? nee der snow runner ist der weiße der plane runner ist praktisch der neustrale oh ja 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 der blaue da ist der normale hier ist noch ein Krokodil hat jemand einen Apple Ring? nee ok lang gefahren Hilfe ach die läuft schon oh der Busch alter fast hätte er mich gehabt ey alter fuck ja jetzt richtig böse ausgehen können ja aber ich habe zum Glück zurückgeschlagen ich habe mal einen Packer gefunden sogar mehrere ja ich warte drauf die gibt es meistens auch in solchen Zwischengebieten wo so ein Boss ist gibt es die meistens auch und dann warte ich mal drauf wo man vielleicht da ist weil die findet man relativ häufig wo der Boss ist ja weil dann sind die meistens grün und dann gehen die auf mein Level deswegen oh ich habe noch ein Krokodil gefunden oh und hier ist ein snow runner wo brauchen wir mal einen Dessert runner? wir waren nämlich noch überhaupt nicht in der Wiener? white chocolate bar braucht man für die den habe ich den snow runner also dafür ich hab grad ein du hast das pet food dafür du hast das pet food dafür komm her hier ist noch einer ja hier ist das ist der mit ich meine lol also ich denke mal das ist ja white chocolate bar ne ja ja da ist er musste warten bis er wieder nicht nicht gefixt ist das ist mein Essen oh und günstig das sind genug bald das sieht ziemlich cool aus wenn man auf den drauf sitzt auf den snow runner oh mein gott ein Polar Gnoll ja jetzt wird es funktionieren nicht? doch doch oh der Polar Gnoll kann gar nichts der hat Iron Fists verloren juhu warte mal ich guck mal gerade ob ich mir noch was zu essen mache die Stadt ist etwas weit weg hier das land ist auch etwas groß alter what the fuck okay das ist echt groß ja gut nur mal eine Weile unterwegs aber leider wird ungünstig reingegangen so erstmal den Gleiter ausrüsten hierfür schonmal achso ich kann nicht healen ja auf nach Westen äh mich? achso ja ok danke noch während dem Fliegen gehealt nein er entkommt und hielt ihn hielt ihn sind das böse Witches? seid ihr böse Witches? ihr seid böse Witches euch nehm ich mich nicht an ja die haben diesen besonderen Strahl den Strahl der Verwüstung der voll ins Gesicht geht ja ja so geil so ein Krokodil im Schnee weißt du ja ja hat schon Style hast du eigentlich deine Geschwindigkeits deine Geschwindigkeits äh Fähigkeit schon ähm Marcel? welche Geschwindigkeitsfähigkeit die drei? mhm ja weil wenn du auf dem Hasen sitzt kannst du die auch einsetzen dann rennst du schneller mhm hab ich grad gemerkt ja der haut ganz schön ab ey ja da kannst du da gehst du richtig mit ab später in den höheren Levels saßte richtig Spaß mit Copwebs helfe blumen 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 wollte ich kann davon nichts mehr mitnehmen okay diesmal habe ich tatsächlich gut aufgepasst anscheinend was ist das da? schon wieder so ein Polar Gnoll ja ich muss sagen ich mag mein Formel 1 Auto achja ja ja soll ich dir immer gleich ein Formel 1 Hasen zeigen hm ja und der Pinguin der möchte doch 100 pro wilder was auch immer das hier ist nicht vom Wolf gefressen werden wo ist mein Plainwarner hin? den hab ich grad gegessen der war eben noch da wie gesagt wir haben grad gegessen achso bin ich egal ja du bist nämlich ja du bist nämlich dort ist das Petfood in der Hand ja ja Pinguin was ist Pinguin Pinguin stirb Pinguin und voll und voll ja weil ich dich gegillt hab so schnell schlafen kannst du das war das Bett das war das Bett und da überholt er ihn ganz locker blockig Kaninchen oh Gott ich muss sie töten aha sind böse ja die Sachen die haben's schon so die haben's schon so nicht lieblich geguckt weißt du so bösen Blick und dann überholt er ihn ganz locker blockig und bei stecken fest wenn das Land eh so groß ist ich brauch jetzt übrigens kein äh scrub also ich hab jetzt genug ich kann nicht mehr mehr aufnehmen davon von daher könnt ihr jetzt fröhlich das Land das heißt ja nicht dass du genug hast ja gut ne das nicht ja wie schnell du den Daumen gekriegt hast ich hab diese Ninja Sterne die ich da werfe die müssen wir jetzt machen aber ordentlich Damage dann mhm die hab ich schon auf 10 ok hier die Snowrunner da hinten die geben gut gut XP hier ist aber auch irgendwie nix auf dem Weg ne ja das Rollstück mit immerhin alter ja Beatle bietle gerückt dich weh 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 Frosch auf nem Zwerg und nem Zwerg auf nem Koko ah ah nein ah wie du auf einmal weg warst das ist nicht mal wo ich gesport bin ach da ah ich hätte ihn doch gar nicht ausgerüstet ich hab noch ein Boot wie jemil vorhin war wirklich hoch und ich dachte vielleicht hat er doch Glück und darunter ist noch nicht mal so ne tiefe Kante er hatte kein Glück Ich kann nicht fliegen. Adrien, du egoist. Morgen. Tschüss. Aber es wird eh grad dunkel, von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir danach in der Stadt wieder die Zeit ändern. Schlaf mal ne Nacht drüber. Ist das Wasser? Ja. Komm, möchte drüber? Nein! Ach cool, er kann drei, drei Klötze, kann er hochspringen. Das ist noch eine Snowblip, Snowflower. Ah hier, ist noch ein Snowrunner. Oh, ich hab Gnolle angelockt, oder was ist auch Sinn. Huch, der hat was fallen lassen. Oh mein Gott, Pink Jelly. Ich hab eben was genommen. Und du das jetzt einfach. Nein! Oh, der sieht, oh, guck mal hier, der ist so orange. Warte mal, lass den wir grad machen. Lass den schlägen, oder? Ja, der kann gar nicht. Aber gut, aber 15 XP. Schon gut. Oh. Oh. Sehr gewagt. Ja, aber eben zwischendurch. Ja, ich mein 15 XP, ja. Ja. Hallo. Immerhin. Evil Chicken! Evil Chicken! Warum geh dich aufwenden? Ja, du hast nen Dagger aufgesammelt. Das geht gar nicht. Alter. Das ist ein absoluter No-Go. Das ist ein Diss-Tier. Alter, wie viel Damage du dem ziehst? Wie viel hast du dem, äh, in Zahlen? Wie viel hast du dem gezogen? Habe ich nicht drauf geachtet. Kann ich das nächste Mal drauf gucken. Da schlägt der einmal drauf, ist der halb tot. Also jede meiner Kugeln macht... Alter, willst du mich verarschen? Jede von meinen Kugeln macht, äh, 180. Und ich mache drei Stück davon. Ja, aber guck mal, wenn ich meinen Strahl mache, diesen, 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 diesen Swirl da, dann mache ich ungefähr die Hälfte von dem Leben. Und bei dir, du klopst einfach mal 80% von dem Leben mit einem Treffer weg. Ich schlafe dann mal ne Runde, ne? Bist du in der Stadt? Ne. Level up! EZ. Oh, warte mal. Du brauchst mich nicht in der Mitte durch. Ich teile, damit ich aufstehe. Ist das noch so ein Polar-Penner? Polar-Penner. Ein Polar-Penner. Polar-Penner. So. Alter, schon wieder? Krass, das ist echt krass. Mit dem Damage, den du ziehst. Ich habe zuerst mal diesen rückwärts-Selze mit den drei Sternen und dann habe ich noch eine andere Attacke, da spurte ich so nach vorne. Nein, ich brauche das nicht. Obwohl du... Oh Gott. Wobei, mit zum Angebrieren ist falsch leer. Gold! Kann man hier durch? Warte mal, habe ich Bomben dabei? Warte mal. Ne, ich habe keine. Ich schon. Ach, da kann ich durch. LOL, du kommst da durch! Ich nicht. Hier ist noch ein SnowRunner. Mal gucken. Yes, guck mal. Komplettes Loch drin in der Wand. Ich bin komplett durchgelaufen. Bomberman. Okay, hat jetzt eh nichts gebracht. Aber trotzdem. Ich konnte. Ne, like... Weil ich es konnte. So. Aber müssen, wenn ich etwas weiter rechts... Keine Ahnung. Ein wenig, ja. Boah, wie weit die schon vorne sind. Ja, ja, ja. Gut, wir haben ja auch ein bisschen... Wir fahren ja hier ein bisschen XP zwischendurch. Ach, wir haben überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich sage ja nur. Aber ihr seid ja... Wart vom Grund auf schon weiter vorne. Und deswegen ist das wahrscheinlich so. Aber ist doch gut. Haben wir zwei Grüppchen. Spirit! Boah, das gibt noch acht. Obwohl das weiß ist. Krass. Da vorne ist wieder so... Genau. Hier sind die neue. Alter, hast du das gesehen? Bei einem Orangenen, Alter. Krass. Machst du einfach mal die Hälfte dann direkt. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich nur goldene Waffen habe. Ach so, okay. Ich fahre fast genau mein Level ab. Ich habe auch einen goldenen Stab eigentlich. Aber gut, ich habe ja auch nicht so viel auf Damage. Ein Busch! Vorsicht! Komm, der war gut. Alter, Adrian. Das wird auch meine Eisflau übrig. Ach so, die haben dir dabei geholfen. Ich dachte gerade, hey, warum ist das so schnell dauer? Alter! Boah, jetzt wird es aber richtig heftig dunkel. Krass. Aber hier im Eisland, finde ich, geht das immer noch ganz gut, weil das ja generell so hell ist dann. Und wir haben goldene Lappen. Ich glaube, das sind die hellsten, die es gibt, oder? Ja. Ist genauso wie den Waffengold. Ist das Beste. Chicken! Stirb! Evil Chicken. Evil Chicken. Evil Chicken. Evil Chicken. Ist das da vorne? Ach, das ist ein... Warte mal, wie heißt der? Wolf Rick heißt der. Cool. Mein favorite Sport ist Hang Gliding. Meiner auch. Mach ich den ganzen Tag. Alpaka! Die droppen immer gut. Fett gut. Wie gesagt, wenn ich keinen finde, keinen türkises oder sowas finde, dann nehme ich irgendwann so ein weißes. Aber die sind, wenn die in meinem Level wären, wäre natürlich besser. Chickens! Oh, der hat ein Amulett gedroppt. Der nix. Und der hat wieder was gedroppt. Warrior Level 1. Ja. Nice. Adrian, wir haben hier voll die geile Rüstung für dich. Komm mal bitte her. Komm mal bitte her, Freunde. Ich bleibe da goldenen Rüstung. Penguin! Der hat hier durch die Bäume laufen. Okay, so schnell konnte ich gar nicht mehr schalten. Nee, du hast immer noch einen Schaden gemacht. Du hast noch diesen einen XP bekommen. Ich bin immer noch nicht runtergefallen. Okay. Immer noch nicht.